Kauf die mir auch, wenn es vielleicht ein Verlustgeschäft ist. Ich will die haben. Bis dann. Oder wie immer doch. Und es sind wieder einiges leichter geworden. Ich möchte jetzt meine Waffe. Habe ich da Munition? Oh, ich habe tatsächlich Munition. Statt dem. Ach nee, die hat eine andere Größe. Oh, oh, oh. Also ich muss sagen, sie sieht scheiße aus, finde ich jetzt mal. Aber sie ist verdammt stark. Aus dem Grund, wenn ich die jetzt auch behalte. Und auf Position 3 liegen. Jo, wir gehen zu dem einen alten. Nochmal speichern. Alter, komm her. Alter, Alter, ich muss zu dir reisen. Mithilfe einer Schnellreise. Ob, nach hinten dahin reisen, natürlich. Und er ist wahrscheinlich wieder in seinem Gebäude hier. Und versteckt sich. Moment. Ha. Sie gefällt mir wirklich. Nicht zum Aussehen. Aber sie ist stark. Sie sieht stark aus. Ist, glaube ich, genauso wie die andere. Aber ich kann es ja nachlesen. Moment. Achso, ich dachte gerade, wo ist dein Oberkörper? Boah. Ja. Man kann ja nie wissen, was hier ist. Sollten ja noch wilde Ghule sein. Sind sie ja nicht mehr lange. Okay. Ich bin wieder leicht über eine Feder. Ah. Yeah. Wo geht's denn da nach unten? Hier müsste es gleich nach unten gehen. Ja. Besser gesagt, nach oben. Und dahin niemand mehr, stecke ich die Waffe weg und gehe rein. Er ist gleich hier in der Nähe. Über mir, oder? An der Stelle werde ich mal einen kleinen Schnitt machen und bis dann.